ja und hier herzlich willkommen mit dem krieg wir haben es jetzt spontan aufgenommen ich habe kein schwert gar nichts wir haben mir gedacht okay das müsste halt auch mal miterleben sowas ja leider vor die plommage aber ich so damit ihr das mal seht hier ist voll der krieg hier ist voll der krieg guck euch das an ich muss mich verstecken ich brauche mal schnell wieder ein paar kisten hier ist voll der krieg ah nein ich bin gebaut fest hilfe mami was ist denn die laufenden mir her creeper pass auf dass er nicht bei einem item explodiert ah super jetzt verfolgen mich zwei ich hab nix in der hand oh scheiße mami nein doch das ist nur einer mami 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 voll der krieg hilfe ich hab nur ne Holzpick ex scheiße ich bin ne alter die warten alle vor der tür hier bis zu denen alter das das schafft man ja nicht hab ich ein schwert ne alter voll die kacke ich hab auch kein schwert ich hau die mit der hand nein er muss aufpassen ich bin hier auf der nein ich bin auch gleich tot stirb nein die ganze heiz sind runtergefallen ne ach du kacke ey das gibts ja nicht warte mal ich hab hier ich hab nen pick ex tu mal echt ein bisschen oi mal schwert endlich oh mein gott wirklich aufpassen nein das ist der nächste greeper das ist der nächste greeper nein nein nögt mich wie das du liebe Skeletter ey oh hier das hält hier das hält hier es hält alles hab ich überhaupt da irgendeine kiste ja hier beim sport bei der tür da ah nein das ist der nächste greeper bei der tür da sind irgendwas schießt die ganze Zeit auf mich ach der männer au oh man hier ne ganze folge wo wir uns nur voll der krieg ey hau die ganze Zeit nur zu ja die versuchen so viel wie möglich zu retten aus den items die diamanten sind die schon weg noch keine sorge pass auf wieder creeper ja ich hab schon gesehen deswegen geh ich von den kisten weg ja o oh die ganze hau das ist ein karte das ist ein karte der schlüssel ist unsere ganze Welt ne die diamanten leben noch das ist ein karte ich das ist ein karte ich karte ich karte ich alles rein alles rein ich muss Sachen einsamlen habt ihr in die kisten hier wo karte ich alter volleres gemetzel hier ey Ja, aber übe ich dich übe. Das geht aber jetzt schon so 10 Minuten lang. Wo wir alte Teils haben und explodiert. Da haben wir eins. Da haben wir eins. Ja, Creeper, Creeper, Creeper. Ja, bei dir. Mami. Wir müssen irgendwie die Nacht hier vorbeikommen. Noch ein Creeper, aufpassen. Aufpassen. Mann, au. Mami. Ach du Scheiße. Ja, weil es das Problem ist, weil jetzt die ganz faktischen weg sind. Haben wir auch keine. Oh Mann, ey, ich bin gleich schon wieder tot. Nein. Gut. Mann. Piss dich. Ach, geil. Schon wieder tot. Ja, ich auch. Oh, Creeper, aufpassen. Links von dir. Geh auch von den Kisten weiter weg. Au. Oh. Spinner, nein. Oh, nee. Oh, nee. Oh, du wieder tot. Oh, du kack. Oh, nein. Der nächste Creeper. Nein, nein. Nicht zu den Kisten. Nein. Enderman. Hey, lass wir ausgehen, lass wir ausgehen. Nein, wir sind Zauberge. Oh Mann. Oh, Alter, was hat denn... Dingsinn? Ich komm doch nicht raus. Nein. Oh Gott. Ich werde wahren. Alter, nein. Ich komm doch weg vom Spawn. Nein. Hilfe. Nein. Nein. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Ich steh direkt ein Creeper beim Spawn. Hoppa, geh nicht rein. Geh nicht rein, geh nicht rein. Schau. Oh me. Ich muss die ganzen Sachen. Ich versuche ihn weglocken. Komm her, der Creeper, komm. Nein, ah. Der Zombie, den kann nicht wegkommen. Ey, das ist jetzt irgendwie Tag kriegen. Ey, weißt du, wie unsere Welt aussieht? Weißt du, wo unsere Items sind? Ja, kaputt. Alter, ich glaub so oft bin ich noch nie gestorben in einem... Ich auch nicht. ...kürzester Zeit, ey. Also so viele Fiege, das ist echt schon... Ist ein Creeper hier, nein? Ich kann so ein Creeper auf der Treppe, auf der Brücke, da hat ein Loch eingemacht. Das ist wahnsinnig. Ich hab nichts, ich hab keine Waffe, ich hab keine Lösung, ich hab gar nichts. Aber ich? Nix einsteckend. Ich versuche so viele wie mögliche Items zu sichern in den Kisten, bis wer da ist. Ach, naja, wieder hin. Ich hab ne Pickaxe einstecken, die... Damit hau ich gar zu. Du kannst mir ein bisschen Rücken decken geben, indem du sagst, wann dein Creeper da ist. Ja, ich bin unterwegs. Hier ist ein Creeper, hier ist ein Creeper, hier ist ein Creeper, hier ist ein... Oh, das ist online. Scheiße, hat ein Creeper zu mir geschossen. Weißt du und so? Ach. Ah, ok, Lila, äh, Lila Line was, äh, hier shot bei Skeleton. Ah, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin tot. Ey, ist der Nächste, explodiert. Ey, seht ihr das? Seht ihr das, Leute? Seht ihr das, wie viele Viecher hier rum arbeiten? Ach, Menno. Ich versuche gleich so viele wie mögliche Items irgendwie in die Kisten reinzukriegen. Ach. Ach, schon wieder Creeper, aufpassen. Ja, 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 ja. Alter, jetzt wird hoffentlich schon mal ein Tag. Oh. Alter, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ach, Creeper. Nein. Nein. Eingefallen. Bald mal runterfliegst, dann ist eh vorbei. Au. Au. Mann. Alter. Kann ja nichts wahr sein, ey. Kann gar nichts wahr sein, nichts. Ja, ich hab auch nichts. Ah, jetzt wird weniger wenigstens. So, haben wir da noch viele Items irgendwo, ja, hier liegen noch einige rum. So, jetzt haben wir ein Schwert. Oh, ich hab nichts. Also, ein paar Items einstecken, hier liegen noch ein bisschen rein. Creeper, explodier, explodier Creeper, komm. Ja, das war, glaub ich, die halbe Nacht gewesen, ja. Alter, schön. Ah, schon wieder gestorben. Super. Oh, Mann. Alter, ich komm gar nicht mehr hier rüber zu dir. Wie viele Minuten kämpfen wir denn jetzt hier gegen dich eigentlich? Weiß ich nicht. Alter, das ist ein... Nein. Mit Goldrüstung. Au. Boah. Das kann doch nichts wahr sein. Das kann doch nichts wahr sein. Das kann doch nichts wahr sein. Boah, nein, 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 nein. Auf alle Fall nicht zu den Kisten. Ich komm nicht mal irgendwo hin. Ja. Ich hab keine Chance, da irgendwie irgendwo hinzukommen. Nein, Skelett. Au. Au. Mann, ey. Komm, ja nicht. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wäre ich rausgekommen. Alter. Da ist auch schon ein Loch drin, oder? Was sieht man aus? Himal ist ein Loch. Ja, ist wieder so ein Skelett mit einer Goldrüstung. Ja, die hab ich auch schon gesehen. Nein, ich fall gleich wieder aus der Welt. Nein, 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 nein. Blowing up. Nein. Ich bin aus der Welt gefallen. Nein. Von den Out of the World. Ja, was sie da sind, die haben wir nicht getan. Ja, das ist aber... ...schön langsam haben wir es jetzt. Ja, da muss man schauen auf der Minimap die Todespunkte, hast du die angezeigt? Ja, ja, ja. Verdammter Creeper, du. Ey, hier ist Erstmal Erde falmen gehen Also so So ist das natürlich alles nett geplant hier Nicht wirklich Voll heftig hier Jetzt kommen sie nicht mehr da unten aus den Löchern raus Weil die so tief sind mittlerweile Ja, wir müssen noch immer, da sind noch immer Gelüge-Item, die wir Kisten unterbringen müssen Ah nee, wir waren Hier draußen sind auch noch welche Nein, Creeper, nein Der war genau am Spawn, ey Aber gut, zum Glück keine Kiste Also so viele Todeskills habe ich noch nie gehabt Innerhalb von kürzester Zeit So viele Todeskills Ja, Skills Ah, seht ihr hier diese Ich habe ein Schwert, ich habe ein Schwert Jetzt habe ich ein Schwert Ich werde gleich wieder weg sein, wir sehen Schwert, ich habe ein Schwert Nein, aufsammeln Aber weißt du, was mich wundert Dass eigentlich schon relativ viele Items hier sind, ne? Dafür, dass wir hier sind die ganze Zeit Ja, äh Rumtanzen Jetzt, jetzt Du verdammte Spinnen Jetzt bist du lieb hier Jetzt machst du nichts Schau euch, Alter Ja, da haben wir schon eine ganze Nacht da rumge... Creeper Alter, das kann ja nicht wahr sein, ey Bisschen mehr als wie heftig das So, äh, ja Da hinten sind noch einige Ich glaube, äh, jetzt ist die Nacht rum Aber jetzt habt ihr es live miterlebt Das ist ein bisschen heftig, zu Was hier zugegangen ist, äh, ihr seht das alles hier Ich denke mal Ich würde sagen Jetzt hilft doch nicht Machen uns jetzt mal an Das Richten der Welt Ja, jetzt müssen wir neue Items einsamen Da hinten sind noch jede Menge Bei den lieblichen Skeletten hier Ah, okay, wir sind schon weg Ach, hey, also diese Dinge hier oben Auch da war der nächste Creeper Ja, gerade gemerkt Äh So, da hinten müssen auch neue Items sein, überall Ach, du Kacke, wie heftig das war Also, das war ja schlimmer als wie die eine Schlacht, was wir damals hatten Ja, 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 ja Ach, viel, das war Also Oh, Mann Das kann ja nicht wahr sein, ey Aber unsere zwei Ölfen stehen auch hier Ganz tapfer Ganz tapfer stehen In der Pampa Ja, okay Okay, ja, also Wir machen uns jetzt mal ans Weltrichten Genau Und Wir sehen uns dann in dem nächsten Video Wir sehen uns dann bald wieder Also, ciao Leute Ciao, ciao Ciao Vielen Dank.